Wir haben hier das Habit Neo, das ist Cannondales neues Trailbike mit dem ebenfalls ganz neuen Bosch CX Motor Generation vor. Neben dem neuen Bosch Motor gibt es ein paar weitere Besonderheiten bei diesem Rad. Dazu gehört der Hauptrahmen aus Carbon, einer speziellen, besonders schlagfesten neuen Carbon-Sorte. Der Hinterbau ist aus Alu gefertigt und die 220er Scheiben, die Magura exklusiv für Cannondale gefertigt und mit einer 4-Kolben-Bremszange vorne verzögern. Mit seinen 130 mm Federweg ist es auch sehr gut als besonders wendiges Tourenfolie geeignet. Abgerundet wird dieses Gesamtpaket durch die luftgefederte RockShox Goldgabel und eine vom Lenker aus versenkbare Sattelstütze. Das besonders wendige Fahrwerk dieses Rades verspricht schon jetzt ganz besonderen Fahrspaß im Gelände. Das Habit Neo 3 von Cannondale gibt es in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Die hier gezeigte Version 3 ist ab 4999 mit dem 500 Wh Akku erhältlich. Verwisme und die hier gefertigt werden, wenn man gefertigt wird, man kann nur aus der Rage spätchen werden. Um ist es nicht zu viel, wenn man vielleicht vorhanden kann, aber dann nach einer bis aus der Rage spätchen werden. Die hier gefertigt wird, malen Spätten ausgericht. Donnehmig. Ziehen Sie Donnehmig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020